Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei, mein Name oder lieber Tobi. Ist ja nicht so, dass hätten wir das gleiche Video gerade schon mal aufgenommen und OBS hat einfach nicht aufgenommen. Danke dafür auf jeden Fall. Die Aufnahme ist gerade schon wieder abgebrochen. Danke dafür, liebes OBS-Programm. Hey Leute, ich mach jetzt die Klimaanlage. Es ist mir egal, ob ihr das jetzt hört. In meinem Zimmer, ich mein's ernst Leute, es sind 38 Grad in meinem Zimmer. Ja, aber wir hatten auch eine Intense-Round. Ja, es gab ein kleines Battle zwischen Tobi und mir. Wir beide werden jetzt erstmal zusammen, beziehungsweise gegeneinander da eigentlich ein Schiff bauen, Leute. Ich hab mir da schon ein paar Sachen auf YouTube ausguckt, die eigentlich... Tobi, Tobi, könntest du nicht... Tobi, ich mach mir wirklich Sorgen um deinen Geisteszustand, Tobi. Der ist kaputt. Der ist kaputt, der Geisteszustand. Ja, blablabla, ja, blablabla, ja, blablabla, blablabla, blablabla. Ich mach mir Sorgen um deinen Geisteszustand. Lande auf der Insel von Loot Lake. Wir beide bauen beide ein wunderschönes Holzschiff, das sich gegenübersteht. Und dann heißt es nach einer kleinen Bauphase, ab ins Battle, Leute. Wir beide werden uns erstmal ein kleines Sniper-Battle liefern, dann später Close-Range und auch Explosive-Devices, sodass das Ding dann auch quasi kaputt gehen kann im Endeffekt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Mats, Tobi, und dann können wir auch quasi schon direkt rein starten. Hab die P90. Ja, Fireball, Fireball, Tobias, Fireball. Was für ne Waffe hier? Ja, Tobias, die ist super, die Waffe, die ist super OP. Die schießt auch schneller als hier, die... Der Schatten schießt, sag ich mal. Die schießt schneller als sein eigener Schatten. Ocean Man, I'll take me by the hand to see the land. Ocean Man, I'll take me by the hand to see the land. Spinner me Blümchen. Leute, ich würde sagen, es gibt erstmal eine kleine wunderbare Konfiguration. Timelapse von der Zeit, wo Tobi und ich das Ding halt hier bauen, denn ich glaube nicht, dass ihr das Ganze, was hier zwischendrin passiert, wirklich antun wollt und auch antun müsst. Von daher, ich sage jetzt ganz viel Spaß bei der Timelapse und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht zu anstrengend, Leute, dass wir ganz da zwischen Timelapse und unserem ADS hin und her schneiden. Tobi und ich haben beide eine schlimme Diagnose vom Arzt erhalten. Komplett und dem nicht. Großen Mitlaut für uns beide, bitte. Mitlaut. Mitlaut, lulululul. Mitlaut, habe ich gesagt, Tobi. Ah, boop, ah, boop, ah, boop. Tobi, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich meine das jetzt ernst gerade. Ich mache mir auch gerade selber Sorgen. Komm mal auf jetzt. Mach mir kein schlechtes Gewissen. Nein, aber du bist wirklich... Ah. Du bist wirklich ganz ehrlich, Tobi, dieser Wahnsinn, der zerfrisst sich komplett, Alter. Gessen, hallo. Ich weiß ja nicht, ob das alles für gut ist mit dir. Hallo? So, Leute, es wird ein richtig schöner Dreimaster hier, das Ding. Leute, ich würde sagen, ab jetzt gibt es einfach nur noch Timelapse und gut, viel Spaß dabei. Bis gleich. Okay, Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Bei Tobi am Schiff ist so ein Eis am Stiel. Also, meins ist halt eher realistisch und Tobi ist halt einfach groß und ja. Cool, ne? Ich weiß nicht, also irgendwie. Cool, oder? Das Problem ist auch, Leute, dass ich leider die Timelapse jetzt nicht mehr im Spectator-Modus, weil der tatsächlich ja momentan leider nicht für den Playground verfügbar ist. Was ziemlich schade ist tatsächlich, aber da müssen wir nur mal mit leben. Aber ich werde gleich nochmal nach oben gehen und beides Hilfe nochmal von oben zeigen. Normalerweise müsst ihr noch eine dritte Person hier haben, die vielleicht sogar mit zuguckt. Das wäre am optimalsten. Ist leider nur schwierig, weil, ja, keine Ahnung, keiner mit uns beiden spielen will. Warum geht das einfach kaputt? Das macht keinen Sinn. Wieso kann ich das bauen oder das andere nicht? Also das hier? Wieso das aber das andere nicht? Nur deine Stimme klingt so... Weißt du? Echt? Ja. Mann. Ich esse Kaugummis, weil ich Hunger habe. Ich weiß nicht, ob das hilft. Das auch hilft. Okay, Leute. Ich wollte sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Wasser rein. Und wir schauen uns mal beide Schiffe von oben an. Ja, guck mal, wie die aussehen. Ich bin mit meiner Konstitution eigentlich echt zufrieden. Die von Tobi ist auch eine ganz besondere. Das können wir einfach so stehen lassen. Also man kann bei Tobi auf jeden Fall erkennen, dass es ein Schiff sein soll. Meins hätte sicherlich nach oben noch ein bisschen schmaler sein können. Warte mal, ich gucke mal. Also von oben sieht meins echt cooler aus. Ja, aber... Du kannst sagen, was du willst. Das einzige, was du weißt jetzt, ist das Segel. Also, wie gesagt, schau dir mal ganz kurz beide Schiffe an. Ich finde ja, dass beide extrem cool geworden sind. Muss ich auch ehrlich sagen, dass deins diesmal auch gut geworden ist. Ah, ich hasse mein Leben, Mann! Ja, egal. Schauen wir jetzt mal ganz kurz beide Schiffe einfach von oben an, Leute. Das war ja eh der Plan. Da jetzt an der Stelle auch... Kann man ja einfach mal fliegen. Ihr seht das hier, Leute. Die beiden Schiffe ja hier aus der Luft. Sehr schön anzusehen. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, was man will. Ja, beide Schiffe sind auf jeden Fall echt schön. Das eine von mir sieht ein bisschen breiter aus als das von Tobi. Tobis hat auf jeden Fall mehrere Ebenen. Ich finde beide eigentlich gut. Ich hätte bei mir ein paar Ebenen reinbauen können und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier nur sein und uns quasi unsere Schiffe anschauen. Nein, wir wollen natürlich auch kämpfen, Leute. Ludum jetzt erstmal ein paar Waffen. Machen wir mit Schild oder ohne? Ähm, ich habe 50er, falls du einen findest. Also du hast 50 Schild? Ja. Okay, dann ziehe ich mir auch mal kurz 50 rein. Hast du eine Sniper? Ja. Die habe ich nämlich leider nicht, Digga. Ja, ist ja egal. Ich bin ja ein... Besserer Spieler, genau. Das hilft mir weiter. Ja, ganz toll. Jeder sucht sich seine Waffen zusammen. Ich suche mir noch gerade eine Sniper, dann komme ich. Ich habe halt keine. Ich kann auch ohne spielen. Ja, ich habe halt dieses aggressive Sturmgewehr da. Okay, Tobi, wir können von mir erst anfangen. 3, 2, 1 und das Battle beginnt. Wo bist du denn? Du bist doch gar nicht da. Doch, ich bin auf meinem Schiff. Wo bist du denn? Bin ich jetzt blind? Ja, Digga, siehst du? Genau das hat das Ding. Genau das hat das Ding. Das hat das Ding. Ich spiele ohne. Ich spiele ohne. Kannst du da nichts gegen machen. Ich spiele ohne. Okay. Willst du die? Ich will die nicht. Was hast du? Ich hatte nur dieses Thermogewehr. Problem ist halt, mit dem Thermogewehr kannst du auch nicht richtig pieken. Weil du halt genau dann, wenn du piekst, dann weißt du, jetzt kommt schon der Headshot. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, f*** ich ins Knie, Alter. Also, mach mal die Sniper raus, Digga. Hab ich schon. Ich muss dir jetzt kurz das Schild abziehen, ne? Ich bin einfach mit dem Thermogewehr gedacht, dass du mehr Schild und gut ist. Okay. Wo bist du? Ah, ich sehe dich. Ey, das ist unfair. Repair. Der hat wehgetan. Achso, da ist er. Du weißt gar nicht, wo ich bin, Junge. Ganz hinten. Wie er wegläuft. Ich hab dich aber nur gesehen, weil dein Cape so weit wegflog. Ach man, ich hasse dieses Cape, Alter. Das hat mich schon in so vielen Situationen verraten. Ja, was bist du? Aber es war dein Holz. Ah, jetzt hab ich mich hier gesehen. Oh, Alter. Was? Was, Junge? Oh, war das closed, Junge. Alter, ich bin schon ein Profi. Wie viel Leben hab ich? Ähm, warte. 37. 39. Hä? Kannst du dich rechnen? Du hast nicht gesehen. Du siehst ja mit dem Info. Das ist schon ein Vorteil, das ist schon ein Vorteil. Aber sagen wir mal, ist okay. Aber dein Schiff ist dafür halt richtig eklig gebaut. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, Junge, Alter. Hä, Junge, wo hängst du denn, Alter? Mach nochmal, du bist tot. Ey, Junge, ich hab keine Chance gegen dich, Alter. Digga, was? Wieso? Das ist eine klasse Waffen. Wo hängst du? Wo hängst du? Du siehst mich. Boah. Oh. War ja von beiden closed, ne? Ja, ja. Der ist mir auch mal geschossen. Aber ich kann mein Ding nicht mehr repairen. Oh, Junge, Alter. Der war closed. Wie viel Leben hast du noch? Sag ich nicht. Ja, Junge, warum nicht? Ich kann sagen, mehr als du. Aber kann auch sein, dass ich nur einen HP mehr habe als du. Boah, Digga. Keine Chance, Alter. Das Ding ist halt, Diegel ist halt schon krank stark, wa? Soll ich die auch noch weglegen? Ja. Ich kann auch immer eine Waffe weglegen. Ja, komm, Nächste. Hey, Digga, du hast mit der Sniper angefangen. Diegel ist genau das gleiche, nur ohne Zoom, du Affe. Hä, nein? Hey, natürlich, Junge. Ich hatte den Evolver auch zweimal gegeben. Ich habe auf jeden Fall keinen Schild mehr. Ja, das ist mir klar, Digga. Oh, hä? Mit dem Evolver. Is ready? Au. Digga, jetzt bin ich echt low. Oh, noch einer. Noch einer. Oh, Alter, der war so knapp. Oh, du hast so wenig Affe, nur noch. Du aber auch. Ich glaube, ich habe genauso viel wie du. Wie viel hast du? Sag ich dir nicht. Ich sage dann auch, wirklich. Okay, du zuerst. Sechs. Zehn. Battle der Giganten. Ja! Oh, Junge, ja! Okay, nice, Digga. Oh mein Gott, ist das intens, Alter. Das Problem auf deinem Schiff ist, Digga, du hast deins taktisch viel, viel besser gebaut als ich. Man sieht die Sicht nichtmals mit diesem Gewehr, weil du halt so viele Ebenen hast. Weißt du, du hast verschiedene Layer und ich habe einen Trottel. Eins gebaut, Digga. Digga, deins ist trotzdem OP. Warum? Weil du guckst immer aus diesem hinteren Loch raus. Wenn du mit der Treppe hochkacierst, sehe ich da nicht mehr. Hast du ja, Digga, abgeschossen. Ne, habe ich nicht. Ich stehe ins Knie an meiner Kolm. Ah! Was? Ja, Digga, ich hatte 10 HP, Alter. Ja, deswegen, ja. Du willst mich direkt abschießen, wenn ich meinen Loot hole? Ja, nice, Digga, ich habe 53 HP. Spasti, Alter. Schieß mal einmal in den Bauch, komm. Aber nur in den Bauch. Wenn du jetzt hältst du, machst du es ehrenlos. Aua! Einmal habe ich gesagt. Hab ich doch. Das war zweimal. Kannst du dich zählen. Jürgen, darf man nicht sagen. Das ist ehrenlos. Aua! Digga, das ist echt ehrenlos. Auf geht's, Piraten. Hey, den Fuck. Ich konnte nicht editieren, Mann. Nein. Komm, Digga, das ist doch scheiße, Alter. Wenn ich dich jetzt noch einmal kille mit 28 HP, dann bist du der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt. Wir vergeben Preise einfach, wenn ich die letzte Mal mache, okay? Ich mache die jetzt kalt, Digga. Ich bringe dich jetzt um. Ach, so geht es schon weiter? Zerstöre dich jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ey, hör auf, Mann. Diese Asi-Taktik, Alter. Digga. Was? Wie viel HP hast du? Fünf. Ich lande auf deinem Schiff, das ist nicht verboten. Was hast du davon? Mach dich mit der Spitz-Taktik halt. Das will ich sehen. Okay, oh, jetzt ist das Ernst. Ey, ich musste mein eigenes Schiff gerade wegen dir beschießen, ne? Hallo. Nein, Junge. Ey, Leute, ich würde sagen... Ja, Digga, 5 HP, Alter. Nein, es ist ein Unentschieden. Es ist sowas... Wenn du nicht so ein W***-Schiff gebaut hättest, Alter. Kannst nicht schneller laufen als ich. Das sind meine Vorteile. Wieso kein... Ich kenne mich hier besser aus als du. Richtig, liebe... Richtig die Pilu verfolgen. Nein, nein, nein. Bist du dumm, Alter. Wow, das war echt dumm. Ohne Spaß. Ja, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video, Leute. Wenn ihr mehr von den Battles sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Dann kann ich das gerne mal mit wem anders machen. Und, ähm... Ja, Leute. Das war's noch von diesem wunderschönen Video. Tobi, irgendwas passiert gerade mit deinem Schiff? Ich weiß auch nicht. Leute, das war's. Macht's gut. Schaut auf jeden Fall nicht bei Skation vorbei. Schaut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Abonniert mich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.